hallo einen schönen guten tag heute wieder von der wachs für dich da draußen die selbstachtung entscheidet über deine motivation was heißt es so wie du mit dir selber ständig redest wir haben gedanken es passiert was mit uns und das was du tagtäglich denkt so wird es auch also wenn du sagst ich mag mich wie fühlt sich das an ich mag mich nicht wie fühlt sich das an wenn du selbstmotiviert bist und guckst dass es dir gut geht dann kommt dein leben im fluss und das ist das allerwichtigste selbstliebe und selbstmotivation wenn du darüber gerne mehr wissen möchtest melde dich gerne diana lutz deine zeit für dich in oberober im rimsburgkreis und online alles liebe namaste